Willkommen zurück zu Far Cry 4. So. Ben? Ja? Wollen wir was verraten? Also nochmal für diejenigen, die es von der gestrigen Folge noch nicht mitgekriegt haben. Wir suchen eine Serie, die sehr anstrengend war, finde ich, die ein Astronaut war, der irgendwie durch ein Wurmloch durch ist und dann in einer Galaxie aufgetaucht ist und wieder zurück wollte. Und die Serie hieß... Farscape! Farscape war das, ja. Unglaublich anstrengend, finde ich. Voll cooles Konzept. Oh, schon Serie. Ich hab als Kind total gern Herkules und Xena geschaut, ich gib's zu. Ich war diese Generation Herkules Xena. Boah, ey. Das ist nicht eins. Wenn man sich dann heutzutage Herkules- oder Xena-Folgen anschaut, alter Mann, stirbt weg! Und du merkst, du bist so, aha, Budget von der Folge 3 Euro, nee, waren noch 12. Aber sie haben trotzdem irgendwie gute Folgen ausgebracht. Ja. Was waren denn so deine Serien? Bist du noch Generation vom Fernseher sitzen und Serien schauen gewesen? Ups. Ja, ich bin noch Generation vom Fernseher sitzen ab und zu und Serien gewesen. Und was hast du dann geschaut? Was hab ich denn so geguckt? Ähm... Meine Lieblingsherren waren A-Team. Das war einfach A-Team. Ähm... A-Team und frühe Staffeln Mythbusters. Ich hab geguckt, was grad auf Kita liegt, so ungefähr. Okay. Also keine... Ich hab, ich glaub, Löwenzahn... Löwenzahn und Wissen macht A und so. Mhm. Die ganzen Wissen-Sendungen am Abend. Löwenzahn, auf ihr hab' geschaut, ja. Mit Peter Lustig. Ja, der war wohl genial. Ist der nicht schon gestorben? Ja. Lebt der noch? Er ist gestorben, glaub' ich. Ja, ihr bild's mal ein. Sag mal, da hat's ein schönes Interview gegeben von ihm, wo er schon sehr alt war. Ähm... Ja. Da war er schon ziemlich dattrik bei uns. Stop the Ambush. Ah, schau her. Das ist der Moment, wo ich mal einen Clunt-Bot hole. Ja, das ist der Platz. Ja, das war alles ein Ruse. Ja, das war alles ein Ruse. Mal schauen uns um, sie hätten etwas geflogen. Ja, das ist der Platz. Ja, das ist der Platz. Ich geh's. Was? Special Task Group. Äh... Nein, jetzt hör auf! STG Star... ...Gates... ...Task Group. Ja. Ja. Ja, immerhin. Ja. Ja. Ja, immerhin. Du ist Viech herum. Ja. 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 Ja, das passiert halt, wenn's live von Map grendert wird. Äh. Ja, bei manchen Spielern wird's auch live grendert, aber es freeze einfach stur alles was sonst noch rumläuft. Und WELT! Jo, wir müssen wieder nach WELT! Stört mich nicht, WELT ist cool! Und da kommen diese riesigen Wahlviecher! Ja, eher Kultur und so! Ja, schön! Und wir sind Kanadier! Biatch! Gut, was haben wir da? Records und Camp? Nice! Das Gefühl, wir haben den Planetenball durch! Ey, warte mal! Ist da eigentlich auch noch ein Architekt unterwegs? Nee! Hier ist kein Architekt unterwegs! Okay! Das heißt, es gibt vier Architekten! Zumindest wenn man mal davon ausgeht, dass alle Planeten so... alle einen Architekt dabei haben! Sagen wir's so! Ich kann dir, glaub ich, sagen, aber auf Elle, den gibt's auch noch einen! Jaja, dann haben wir ja vier, Mann ja! Damit sind's vier! Ja, das meinte ich! Beischau, wenn die schon snipern! Das Ding ist so OP! Das Ding ist so OP! So unglaublich OP! So unglaublich OP! Ah, verfalls! Ach, das Vieh war schon tot, das war nur noch verpackt! Okay! Hier war's für nix! Gut denn... Wollen wir mal sehen! Hm... Geh weg! Geh weg! Verstärkung! Das Ding ist halt ASSO EVIL! Ja, da guckt das Ding... Artillerie, Raketen, Klump, alles klar! Jaaa! Jaaa! Wenn du mich so fragst, dann schon! Namekalling, der attackt me! Jaaa! Bitchwap's lummer! Jaaa! Du bist gestorben, weil du scheiße aussiehst! Und Mundgeruch hast! Jaaa! 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 Was? Er will kompostiert werden? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich verlese gerade aus der WhatsApp-Gruppe TGNK. Mein Vater schreibt, der bisher beste Spruch an mich von einem alten Kauz mit, also, äh, im Kontext, mein Vater ist mit, mit, mit seinem, äh, Mountainbiker in der Gegend umgenauelt. Pass auf, der beste Spruch an mich von einem alten Kauz mit Sense in der Hand getätigt, darum habe ich ihn höflich gegrüßt und schweigend gemustert. Er hat gesagt, ist Mountainbiker-Kerz olle mit der Schrot erschossen. Alter, alte Kärntner sind einfach liebe Menschen. Ist Mountainbiker-Kerz olle mit der Schrot erschossen? Bist du der unter Zölster? Was ist los? Alter Schwede. Das Mautbiker-Kerz olle mit der Schrot erschossen. Lauf bei ihm. Ja, ich würde fast... ist ca. SCF drin, ja. Mhm. Ist alles gefixt werden kann, indem man Power reconnectet. Ja, es ist... Spiele-Logik. Ähm... Press. Halt, stopp. So weiter. Unten? Ja. So da hinten. Hä? Nee. Da war er schon so nah. Ja, aber probier's trotzdem mal unten vielleicht irgendwie. Das Ding steht gekippt an der Rückseite vom Gebäude. Huh? Ah. Oge. 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 Hed me, Obi-Wan. Das ist es. Amara Dosen. Das muss sein, sie. Sie haben sie über den Planeten gelegt. Downloaden Informationen. Lass uns das zu Amard. Du Dosen. Gut. Dann müssen wir einmal da hin. Dann muss man da hin. Dann muss man da hin, ja. Da kannst du direkt hin verwenden, indem du hier rechts die sechzecke auf das mit dem sechzeck daneben klickst. Oh. Indem dir die Ebene wechselst. So. Auf die. Ah ja. Nee. Gut. Dann muss ich die ganze Kletterpassie den Berg hoch machen, äh, den Turm hoch machen. Wenn jemand Baneet hätte. Wenn du den Baneet hättest, dann würdest du mir doch viel mehr laufen, als ich dich jetzt schon laufen lasse. Ja. Allerdings. Guten Tag. Zum Sudern. Mach. Fast. Done. Rup. Wenn du noch da hin und da. Schau mal da rauf. Ja, dazu saß, du wär wieder da her und dann. Durch den Gang. Oder da. Durch den Graben. Einfach durch den Graben. Na gut. Das ist der einzige Weg, der da hinführt. Ja, wenn das so ist. Hey, warte mal, ich habe ein SMS gekriegt. Schauen wir mal, ich habe ein SMS gekriegt. Sie haben drei neue Nachrichten. Und angerufen bin ich von. Naja. Wo ist er nachher dann zurückgerufen? Okay, dann wollen wir mal schauen. Wir messen in die Richtung. Ich werde trotzdem einfach den Nomad her beamen. Es wird einige Dinge einfach full anfang machen. In meinem Warsander, Armored Warfare und Überalldorf Warships Clan Wir haben doch so viele Leute, die einfach Wenn sie einen Screenshot in WhatsApp schicken wollen Nehmen sie das Handy, machen sie einen Foto. Ja, mein Vater macht das an die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Das tut irgendwie weh, oder? Das ist nicht wie ein Screenshot, du Dense Motherfucker. Warum muss ich nicht hin? Wählen wir jetzt eine Quest aus. Äh, dadadadam. Ähm. Entweder das, oder du musst Jarl mitnehmen. Das kann gut sein. Fast, wir springen noch mal. Seriously, no! Welcher ist geistige Full-Wach-Zapfel? Das ist gerade krepiert. Das geistige Full-Wach-Zapfel. So. Dahin. So, gegen wen tauscht jetzt Jarl, äh, wen tauscht jetzt gegen Jarl aus? Ibi. Jawohl. Jetzt ladet da ein Jarl her. Läuft's. Die Waffen, find ich, haben's ja coole Designs und alles. Nur, ich find, das ist halt, so wie das Sniper und alles, dass sich das einfach so zusammenklappt. Äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das tun sie schon immer. Ja, ich weiß, aber ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Es ist irgendwie so, ja, es macht Sinn, aber... Damn, es schaut immer so cool aus. Jetzt passt's. Es ist hier. Ich muss nur... Es hilft, wenn ich meine Meinung verhäte. Ich bin hier schon. Familiar. Ein, zwei, drei Indentationen. Pommier. Nice. Cool. Nice. Es funktioniert. Wow. Hier? Es war so nah, all diese Zeit. Und niemand wusste. Die restlichen Remnanten in der Stadt haben sie verletzt, dass die Skons von sie sie verletzten. Die Maschinen hier sind. Zorai konnte sie stoppen. Wie hat er gelernt, dass die Remnanten benutzt? Es ist nicht so, dass es ein Manual gibt. Zorai hat die Watchers geguckt. Das ist alles, was ich bekomme. Ich bin nicht sicher, was es bedeutet. Die anderen... Was bedeutet das? Was bedeutet das? Komm schon. Alter, WoW-Bots waren Zielstrebiger. Äh, WoW-NPCs, so. Es war so geil, Alter. Zack, Quest, außen. Und du hast gesehen, bei jedem Hotfix, bei den Changelogs drinnen, ungefähr 800.000 Follow dem NPC-Quest. Ja, der läuft jetzt schneller. Ja, der ist gefixt worden. Ja, der läuft jetzt schneller. Tippelst du mir zu der Quest? Nein, die ist immer noch verpackt. Ihr Vollhungs! Das war echt geil. Weil keine von den Follow-Quests funktioniert hat. Nie. Ich freu. Jaja. Ja. Die Säge hat uns falsch gemacht. Zorai war eine Frau. Das war unsere Sprache. Meine Sprache. Kann ich das haben, Pathfinder? Es ist deine. Sie hat immer deine. Ich könnte die Analyse über die Scanner geben. Organic matter. Ancient. Reads als Angara. Es ist Zorai. Sie hat hier sterb, bevor sie auf das dritte Monolith kommen konnte. Das war ich. Ich möchte hier ein bisschen Zeit spenden. Aber nicht jetzt. Das dritte Monolith kann nicht weit sein. Komm her. Immerhin trödelt er nicht in der Gegend. Seine Mann kommt eine Sekunde vor ihnen an. Hier. Oder schau her. The lost Monolith. Finally. Klar das Ding, ha? Mhm. Gut. Eine ganz schnelle Höhle drin. Yay. Echt klar, ne? Oh, schau her. In-Memory-Trigger. Ja. So. Trigger first. Du beordnest übrigens grad dein Mikro. Nur, dass du es warst. Ja, du boostest halt einer noch. Jetzt bleibt nicht mehr. Hm. Nein. Dann. Schwierbar noch eine Tetris. Ach, komplex die Duster. Tu alle Knöpfe drücken, Barst. Einmal schön draufhauen und links und rechts wissen. Und wer den Volk nicht schon gemacht hat? Und scheinbar nicht. Ja, nice. Stimmt, wir haben ja das Settlement noch gar nicht da insofern. Ja. Da ist doch noch ein Cache. Die gehen wir auch noch schnell hin. Ne, fast. Hey, Container. Das hat sich gelohnt. Lass mich jetzt mal wieder zurück rauf. Ich glaube, hier raus kannst du die nicht schnell reißen. Meinst? Feind. Ne, du kannst, solange du da drin bist, nicht schnell reißen. Du musst wieder raus in den Tunnel. Ja, gut. In den Kram. Ja. Das ist okay. Das wäre eigentlich auch mal so richtig geil, wenn du halt in einer von dieser Höhlen mit den Monolithen und so, ganz weit hinten dann so komplett schemenhaft nur noch von den Monolithen von Dead Space drin hättest. Alter, das wäre so geil. Und dann so die Realization so. Oh shit. Wir sind da auch schon angekommen. Boah, Alter, man wär's so derbe im Arsch. Na so, ja, und was machen wir jetzt? Joa, nuke that shit. Wir dümmen. Sollen wir jetzt schon beamen? Was machen wir jetzt? Wir sind Menschen, wir sammeln das ein. Wir nuken that shit jetzt. Wir müssen bis in den Graben zurückgehen. Ihr meinst, wir sind Menschen, wir sammeln das ein. Ja, ja, es gibt zwei Dinge, wie Menschen auf irgendwelche Dinge reagieren. Ist es nicht gefährlich, dann wird's genugt. Ist es gefährlich, dann wird's eingesammelt und hingestellt, wo es schön großen Schaden anrichten kann. Ja, das stimmt. Nehmen wir den Monolith, der hier steht mit und packen ihn schön auf den Nexus. Kann ja nur schief gehen. Wenn du die Konvergenz einsetzt, hast du ein Problem. Ich glaube, so hat das Karsen, oder? Was nicht, hast du Dead Space gespielt? Äh, ja, Mal. Vor langer Zeit. Ich glaube, das hieß Konvergenz. Im zweiten Teil dann dieser riesige Malstrom an Biomasse dann war am Ende. Das war so irrschen. Ja, weißt du, das fand ich ja bei Dead Space immer so geil, dass die Story so wahnsinnig gut war. Das Gameplay war so, war definitiv nicht schlecht, aber es ist von Spiel zu Spiel besser geworden. Aber die Story war so übelst lässig. Die Bücher zu Dead Space, die waren richtig geil. Ich meine, das erste Buch, du hast ja die ganze Zeit diesen, diesen, den, den, wie heißt der? Isaac. Ja, nein, nein, der Isaac bist du. Aber du hast ja von, da gibt es ja quasi eine Kirche, die ja glauben, das ist ein religiöses Ding, gell? Und das erste Buch von Dead Space, das ist genau wie diese, diese Saga und alles entstanden ist. Und das ist halt der größte Mindfuck, wenn du draufkommst, der wollte es nicht. Der hat alles, alles getan, nur halt genau nicht das, was die alle gedacht haben, was er getan hat. Ah, das ist so geil, das Buch. Ah, ja. Äh, Moment. So, das ist meiner. Und jetzt gibt's hier wieder ein Rätsel. Äh, ah, schau, schon wieder diese Dinge. Äh. Äh. Wie verarschen. Dagen wir's zu, es gibt vier Konsolen. Anz, zwei, drei, vier, da, da, ja, ja, da waren ja. Ja, so Schwebeldinger. Das sind zwei, und da vorne ist Anz. Vermut' ja mal. Ja. Haben wir Anz. Jawoll. Haben wir zwei. Hochkomplex halt. Hochkomplex. Ich frage mich, wie lang hättest du gräzelt, wenn ich das jetzt nicht gesagt hätte? Monat. Tja. Ist vor Absicht. Weiß. Wie, jetzt schon da? Was, ja. Anscheinend ja. Das ist schon nett. Hey. Okay. Okay. You're ready to run. Here it comes. Go go. They're not happy with us. Ah. Also jetzt warten, bis wir da alles gekillt haben, oder was? die weniger rennerei doch wollte dieser wollte etwas kleiner weniger rennerei die zeit nehmen wir schaut so edel aus oder das schaut so geil aus das ist richtig nice ja ja nice So, ich schenke mir gerade noch den Rest von meinem Chai ein. So, zweieinhalb Liter Chai. Zweieinhalb Liter sind schon weg. Ja, das ist auch der Grund, warum ich immer jedes Mal gröbere Mengen davon mache. Oder generell, wenn ich Tee mache, mache ich meistens so zwei, drei Liter. Ich kenne mich, ich fahre da durch wie nichts. So, also 77 Prozent haben wir schon auf dem Planeten. Ja, das geht ja flott dahin. Ja, das hört man gern. Ja, ich denke schon, oder? Ich denke, ich werde sich freuen, dass wir den Planeten da jetzt wieder... ...allwegs zusammen gebaut haben. Hm. Tja, guten Tag. Hey, Pathfinder Reiter, die stehen auf einmal irgendwie gechillt da. Die haben Füße wie Pferde? Ja, irgendwie haben die Pferdefüße. Ja, irgendwie. Pathfinder Reiter, Sie haben hier heute getan etwas hervorragend gemacht. Sie haben hier heute gemacht. Sie haben hier nicht gewonnen, wo ich verabschiede. Esmus? Was hast du hier gemacht? Was hast du hier gemacht? Renewing all die Bonds. Talking mit dir war enlightening. Ich habe einen Alien gearbeitet für uns, wenn wir uns verabschieden. Wir haben uns sehr lange isoliert uns. Wir haben uns sehr lange isoliert. Ja. Ja. Tavos. Ich hätte nicht erwartet, dich zu sehen. Aber ich bin sehr froh. Ich habe viel gelernt in einem kurzen Zeit. Die Rokar wollen einfachen Lösungen. Aber nichts ist immer einfach oder sicher. Ist es? Die Menschen, die sie verletzten, können das verstehen. Aber nach allem, was ich gesehen habe, ich hoffe, dass sie noch nicht verloren werden. Oh, River. Dieser kuriosen Erinnerung. Re-Inkarnation. Whatever es möglich ist, ich versuche, die Ressourcen zu studieren. Vielleicht ein Tag finden wir die Wahrheit sehr tief in unseren Superstitionen. Ja, das war Tasching, naja. Wie wett war da so stand, als ob sie... So, als ob ich überhaupt nichts zu hätte. Ja. Schaut geil aus. Alles klar. So. First things first. Machen wir mal was ganz wichtiges. So, danke für ihre Mitarbeit. Back to the roots. Nice. So, was jetzt? Tempest? Irgendwie haben wir da nichts zum tun mehr auf dem Planeten, könnte es sein. Ja. Der Planet ist jetzt gerade mal fertig. Wird okay. Na ja, Viability ist ja noch gar nicht so hoch rum. Aber wir haben nichts mehr zum tun. Sagen wir so, wenn du jetzt auf die Tempest gehst, wirst du vielleicht irgendwann noch ein Gespräch mit Addison darüber führen, was passiert. Okay. Hawali geschieht. Ja, gut. Und was wollen wir jetzt mit Hawali? Nuke that shit! Was? Halt, stopp! Nuke! Nuke it! Okay. Nuke that shit die ganze Nacht. Nuke it! Nuke it! Das macht viel Spaß. Wir sind Menschen. Wir haben's drauf. Hä? Nuke it! Okay. Gut. Jetzt werden sicherlich 1,2 Leute mit mir quatschen wollen. Unter anderem. Ja, unter anderem haben wir EVP. Das ist schon mal nett. So. So, Collecten. So, Uncryo Bot haben wir immer noch, ne? Schauen wir mal. Uh, Research General and All Research B10. Okay. Military! Advanced Training. Ne. Mach mal schon. Commerce. Hm. Okay. 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 Mach mal Grey Market. Warum mach ich net? Gut. Nächstes was wir machen ist erstmal Gloom verkaufen. Nächstes was wir machen ist erstmal Gloom verkaufen. X, dann Enter, dann Space. Ah! Gut. Dann, ich glaub fast, dass eigentlich der Jarl mit uns reden wollen sollte, würde, ne? Nach der Quest irgendwie, aber bis jetzt nix gesagt wird. Hat da grad Pibi gestöhnt? Es hat so geklungen! Guck mal, Pibi grade bei Jarl zufändigerweise rumsteht. Moment. Okay! Pibi! Pibi! Wieso schon wieder rollig? Wieso schon wieder rollig? Was hast du schon wieder? Und die Cora? Und zwar sind da und... Ich sag dir, die spielen irgendwas auf die Dinge. Ja. Hast du eigentlich... Du kennst was... Sofis Plüschtiere gefunden? Ja, haben wir ja ganz am Anfang schon gesehen. Stimmt. Stimmt, Ham... Ja, stimmt. Sowas haben wir. Und wieder. Ist teuer. Pibi! Was tut die denn? Keine Ahnung. Da, damit ihr keine Romance hast? Ist Aksu, die ist einsam. Hallo Pibi! Da ist die Zamm. Oh! Aksu ist sehr wütend. Wir können ihn nicht unterschätzen. Meine Mütze sind schrecklich über die Züge, die ihn haben. Meine Mütze! Ich sehe dich später, John. So, du hast gesagt, da wär doch irgendwas gut. Warte mal, halt, stopp. Das ist ja echter Questmarker. Hm. Schauen wir mal auf die Map, wo der Questmarker uns hinführt. Ach du Scheiße. Ach, wir müssen da ja irgendwas durchsuchen, oder? Kann das sein? Ja, Journey to Meridian ist der Questmarker für. Ähm. Ich glaub, da musst du mal mit dem Scanner rangehen. Oder so. Oder so. Oder so. Heather, der Crew in the Tempest Meeting Room. Ähm. Na, noch nicht. Das ist Hauptquels. Ne, hast du das Zeugengrad? Leben! Mal kurz! Aaaaaaah! DUT! 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 Ne, 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 ne! Ok. Journey to Meridian kommt hinten. Hey es ist mehr geworden! Mano! Okay, Welt! So, was haben wir da? So, ein neues System. Du könntest ja mal wieder zum Nexus fliegen. Könnt man allerdings check your mail. E-Mail? Aber gut, dann fliegen wir zum... Ja, zum Nexus ist eigentlich eh nicht so verkehrt. Können wir vor allem Dings wieder anschauen, ein bisschen. Die Einerung. Ah, falsch. Genau, machen wir das, ja. Gute Idee. Okay, Meeting with Axul. Okay. Okay, wow. Okay. Thank you, Pathfinder. I'm hurt. Still at home, even if it's not ours. Okay. Gut, denn... Ja, dann morgen mal zum Nexus zurück. Ja. Ah, Nexus, 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 da. Danke. Gut. Ja, langsam aber sicher. Schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja. Ja, das ist immer. Nexus. Ja bitte, drei Arks. Die andere ist echt zu beschädigt. Ja, die Turianer Arks halt. Boah, mei. Immer diese Turianer, sie fahren wie die letzten Rowdy. War gut, Turianer halt, ne? Ja. We break for nobody. Not even the Scourge. Und schrappt sich durch. Ja. Sag mal, die müssen ja auf Nexus ein riesiges R-Lock haben. Ja, oder einfach so eine Art Feld. Ja, oder ein Mass Effect Field. Ja, wobei Masse Effekt fällt, ist ja was anderes. Masse Effekt fällt, äh, macht ja nur, dass dieser Effekt zwischen Masse und Energie, wenn du sie bewegst, dass das wegfällt. Ja. Brauchst halt abysmalisch für ein Element Zero da viel, aber... Bitte? Damit kannst du halt auch Dinge zusammen... ...ziehen, so ungefähr. Hm... Eigentlich nicht. Das, was, was, das, was ja da alles zugrunde liegt, warum das ja funktioniert, ist ja mit dem... Manipulation von Masse. Ja, aber... Na, 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 das, was du meinst, das kann eigentlich nichts anderes als, dass Masse die Anziehung verliert. Also, Masse verliert seine Eigenschaft, dass Masse im Raum Zeit krümmt. Somit kannst du auch schneller wie Licht zum Beispiel fliegen. Das macht das. Stimmt, 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 stimmt. Irgendwann ist mein Gehirn gerade schon im... ...nicht im selben Raum wie ich, äh... Das ist gut. So, hätten wir mal das da gemacht. Gut, denn... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Dann werden wir halt dann mal da nachhaltig durchschröpfen, ne? Gut, also... Äh... Fuck meh. Ja. Dann mal raus. War da drüber springen? Nein. Nee. Hä? Da... Treppe. Gut. Guck mal, da ist ein roter Avena. Rechts. Da. Hm. Jawos. Hm. 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 I'm acting. ...helping people like you. Boah, da bist du aber achtsam für. Boah, da bist du aber auch nicht. Harry. Guten Tag. Jo, ach schau, da kommen wir wieder quer Ende romancen. Ja, sie ist eine der möglichen Romancen. Mhm. Ja. Ja, das war noch eine Frage. Hm. Gut. Die Wettrasse, warte mal. Da haben wir... Außenrum, ja. Ne, außenrum. Nein. Nö, durch die Tür? Okay. Oh, okay. Und dann, andere Richtung. Warte mal, warte mal. Wir haben dafür jede Rasse der VI? Oh ja. Citadel. Citadel. Oh ne. Haben wir eingebaut. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Guten Tag. Aber. Oh, ich bin Andragniel. Oh ja queda. Oh. You got to. Yo wim und das. Ein Heskarl mit der Ressentanz. Ein Heskarl? Yo, Alter, die haben voll einen geilen Handshake. Das ist doch peinlich, Mensch. Heskarl, hm. Wieso erinnert mich das so an diesen Begriff Husskarl? Ein N7. N7, ja, ja. Ja. Warte mal, Pathfinder-Skills. Dumbluck und Sam. Ja, Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Ja, stimmt. Yay. Ist so ein World. World. Cool. Äh, das ist... Achso, das ist generell der Marker für... Oh, der Commons Area. Juhu. Du hast, die darf jetzt da nachhaltig scannen, oder wie? Ja. Auf was eigentlich? Doch, die Gosef... Einfach die Kisten, die da rumstehen. Ähm, es gibt dort gestohlene Supplies. So, und jetzt haben wir da diese, äh... Mit den Protestern. Wollst du reden? Der wird schon los. Hey, what's going on? Biatch! Das ist deine neue Galaxie. Machen Gespräche über ein neues Start, während deine Kinder bleiben. Und das ist alles dankbar zu deinem Pathfinder. Entschuldigung? Wir haben seit Monaten gewartet, um unsere Familien zu kommen aus der Stasis. Sie sollten zu gehen nach deinem Ausgang. Aber seitdem du denkst, die Forschung ist so wichtig, die Militärer wurden auf die Liste geöffnet. Wie meine Klanbröder. Äh, 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 äh. Ja, Alter, jetzt hört es auf zum Sudern. Ja, Alter, jetzt hört es auf zum Sudern. Ja, Alter, jetzt hört es auf zum Sudern. Ja, was wir brauchen, ist unsere Familie zurück. Vielleicht könntest du das immer richtig machen. Ich will nur Mom aus Stasis. Du machst Stasis-Revivals. Du kannst unseren Liedern erzählen, dass du diese Pods öffnest. Ja, 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 Kandros, yay, so. Ja, Kandros ist, äh, Hyptronics? Äh, jetzt kann jetzt nehmen wir noch die Bar. Die Bar, gell, ja, stimmt. Die wollten ja auch noch irgendwas. The weird-looking Haval hops back. Jo, das kann auch nur funktionieren. Die Bar hat auch so einen geilen Namen, finde ich. Vortex. So, guten Morgen. Bitte sehr. So, äh, nochmal mit ihr sprechen, weil, äh, es gibt immer nur eins auf einmal ab. Ach so. Das sieht verrückend. Die Dutch will love them. Sieht gut da. Warum sind die Leute in meinem Kopf? Ja, aber die trinken sind gut. So weit, so gut. Jetzt müssen wir, oh, weiter um, ja. Ja, es ist aber echt so, äh, so. Damit Tation Deck it is. Gut, und auf der anderen Seite von dieser, von dieser Fahrt sehen wir uns wieder. Tschau, Leute. Tschüss.